So, einmal jetzt kurz, ob der Sound funktioniert. Der Stream müsste diesmal komplett stabil sein. Wir haben eine Festnetzleitung. Das Einzige ist jetzt, wie ist der Ton? Einmal bitte eine Rückmeldung zum Ton, ihr Lieben da draußen. Hallo, hallo. Ich hätte gerne eine Rückmeldung zum Ton von einer der Personen. Okay, gut und verständlich. Auch diesmal würde ich gerne wieder die Latenzprobe machen. Ich zähle von drei runter und wenn ich jetzt sage, dann tippt ihr eine Eins ein. Drei, zwei, eins, jetzt. Okay, wieder mal vier Sekunden. Das beginnt doch heute alles hier sehr hoffnungsfroh für die, die es verpasst haben. Ich habe die letzten beiden Tage schon mit Standorten und meinem WLAN, das bei O2 ist, experimentiert und es war grauenhaft. Ich habe jetzt auch alle Anwendungen geschlossen. Nein, noch nicht ganz alle, aber ich schließe jetzt alle Anwendungen, die Traffic ziehen könnten. Nein, die natürlich nicht, weil das ist die, über die ihr mich seht. Ansonsten sind jetzt alle Anwendungen geschlossen, die Traffic ziehen könnten, insbesondere die Dropbox. Und ich bin nicht über WLAN drin, sondern über mein LAN-Kabel hier im Büro. Ich habe mich ein wenig anders ausgeleuchtet, wie ihr seht, sodass ich eine weiße Wand hinter mir habe, was ich nicht ganz so geil finde. Aber das soll heute unser kleinstes Problem sein. Heute hätte ich nämlich gerne, dass dieser Scheiß-Stream nicht abbricht. Wir sind heute Abend nämlich monothematisch für die Viertelstunde und schauen auf den Übergriff auf den AfD-Mann, wie es heute so schön heißt, AfD-Mann, Frank Magnitz aus Bremen. Währenddessen muss ich mal sagen, ich bin total läufig, ich habe mir ein Paket Waterjaw bestellt. Leider ist das hier kein Sponsoring oder so, aber das schmeckt unglaublich cool. Nämlich einfach nach Wasser-Olé. Genau, so, jetzt haben wir auch 7 Uhr. Jetzt können wir starten. Also, wir haben jetzt den Sound gecheckt. Sobald irgendwas schiefläuft, sagt die mir sofort Bescheid. Aber heute Abend müsste einfach mal alles stabil laufen. Ich mache mein Handy noch raus, damit auch das hier nicht reinfunken kann. So, jetzt aber. Also, AfD-Mann Frank Magnitz ist im Krankenhaus, weil er schwer verletzt ist. Und Deutschland diskutiert über einen mutmaßlichen Anschlag auf einen AfD-Mann. Und alle überschlagen sich heute darin zu wissen, a, was da passiert ist und b, wie man jetzt hier klar Haltung zeigen kann und zeigen muss. Ich sage euch direkt, ich habe weder ein klares Wissen darüber, was passiert ist, noch habe ich für mich eine abschließende Meinung bilden können dazu, welche Haltung man in dieser Sache haben sollte oder welche nicht. Und ich möchte euch heute Abend einfach mal erklären, warum. Aber zunächst einmal machen wir das, was wir auch sonst immer fordern. Und das Spannende ist, die Sachen, die wir sonst richtigerweise fordern, hören nicht auf, richtig zu sein. Nur weil es sich um einen AfDler handelt, der hier von irgendetwas betroffen ist. Lasst uns erst einmal darauf schauen, was wir am heutigen Abend wissen. Wir reden, lieber Drum Eagle, über den mutmaßlichen Anschlag auf den AfD-Mann Frank Magnitz. Also, was wissen wir? Wir wissen, Frank Magnitz war auf einer Veranstaltung und mittlerweile liegt er in einem Krankenhaus. Was genau dazwischen passiert ist, ich habe gerade noch mal die aktuellen Ticker-Sachen mir angeguckt, wissen wir schlicht und ergreifend nicht genau. Wir wissen, dass Frank Magnitz nach Hause gegangen ist und dass er nach eigener Aussage wohl überfallen wurde. Frank Magnitz sagt, er erinnert sich weder an die Angreifer noch daran, wie sie angegriffen haben. Dass eine Attacke stattgefunden hat, ist relativ hochwahrscheinlich. Frank Magnitz wurde nämlich von zwei, wie war das denn, von zwei Bauarbeitern, Genau, von zwei Bauarbeitern, sag ich mal, gerettet. An einigen Stellen findet sich, er soll, die sollen eingeschritten sein. Das findet sich an einigen Stellen in den Medien. An anderer Stelle findet sich, dass diese Bauarbeiter Frank Magnitz auf dem Boden liegend gefunden haben sollen. Gehen wir mal davon aus, dass sie tatsächlich eingeschritten sind und die Angreifer verscheucht haben. Das würde auch erklären, woher die Beschreibung der Täter kommt. Denn von Frank Magnitz kann sie nicht kommen. Der sagt ja, er erinnert sich daran nicht, was da genau los war. Er habe die Angreifer auch nicht gesehen. Er sei auch nicht vorab in irgendeiner Art und Weise gewarnt und oder bedroht worden. So, dass er mit einem Kantholz angegriffen worden sein soll, hat die AfD verbreitet, zusammen mit Fotos der Verletzung von Frank Magnitz. Die sind nicht ohne, die sind der Gestalt, dass er schwer verletzt ist, dass er derzeit im Krankenhaus liegen muss, dort auch behandelt wurde. Es gibt ein erstes Ermittlungsergebnis der Polizei, die sagen, es ist ein Video gefunden worden, auf dem wohl der Angriff zu sehen ist. Dabei sei aber nicht zu sehen, dass bei dem Angriff ein Schlaggegenstand verwendet wurde. Ich beziehe mich hier hauptsächlich auf zwei Artikeln, nämlich einen der Weser Kurier, der relativ nah dran ist und T-Online, die, wenn ich das richtig sehe, hauptsächlich Agenturmeldungen reproduzieren. Was nicht schlecht sein muss, aber damit ihr auch seht, wo ich meine Kerninfos jetzt hier wieder habe. Gut ist, die Polizei hat unmittelbar eine Sonderkommission, eine Soko, eingerichtet in dieser Sache. Das übrigens passt gar nicht zu den sonst gemachten Vorwürfen der AfD, dass die Polizei nie irgendwas irgendwo tut, womit die AfD ja immer und immer wieder Polizeibeamte beleidigt und als untätig abstempelt. Also die Polizei ermittelt. Die Polizei geht davon aus, mit Blick auf die Abgeordnetentätigkeit. Frank Magnitz ist Mitglied des Bundestages und AfD-Landessprecher oder Landesvorsitzender. Ich habe jetzt die AfD-Struktur nicht genau im Kopf in Bremen, sodass natürlich ein politischer Kontext nahe liegt. Ich muss sagen, letztlich wissen wir nicht, ob es einen politischen Kontext gibt. Es gibt kein Bekennerschreiben, es gibt keine einschlägigen Sachen, die dort gerufen oder aufgefunden wurden. Das alles wird abgeleitet aus der Person des Opfers. Auch hier, ich finde es richtig, dass man hier von einem politischen Delikt ausgeht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die AfD selbst solche Aussagen in anderen Kontexten immer stets zurückweisen würde und sagen würde, das könnt ihr noch gar nicht sagen, das geben Ermittlungsergebnisse noch gar nicht her. Lass die Polizei doch erstmal ihren Job machen und, 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 und. Zugunsten der AfD möchte ich heute vorübergehend und aus Sicht der AfD dann wohl vorschnell annehmen, dass es sich hier um ein politisches Delikt handelt. Der Weser-Kurier bringt dies in Zusammenhang mit Angriffen auf AfD-Parteibüros an anderer Stelle. Ich habe heute eine andere Quelle kurz gesehen, die sagt, dass über 250 Parteibüros dieses Jahr von verschiedenen Parteien, also nicht von der AfD, sondern von verschiedenen Parteien, angegriffen wurden. Insofern ist natürlich dieser Konnex einerseits zwar naheliegend, andererseits aber eben nicht viel mehr als eine Korrelation und keine Kausalität. Wenn wir also nach dem eigenen Maßstab der AfD gehen, wäre es streng fahrlässig, diese Tat a. politisch zu nennen und b. sie in Zusammenhang zu irgendwelchen anderen Taten zu bringen. Aber schauen wir mal nicht so sehr darauf. Spannend ist jetzt, was heute dann passierte. Natürlich nutzte die AfD diese Tat für sich, ohne dass überhaupt klar ist, was da passiert ist und ob es am politischen Hintergrund gibt. Und alle möglichen Leute versuchten, diese Tat für sich zu nutzen. Das ist leider das, was bei Taten von bundesweiter Relevanz mittlerweile völlig gang und gäbe ist. Jeder, jede politische Strömung versucht, jede öffentlich bekannte Straftat zu ihren Zwecken auszunutzen. Das tut die AfD genauso, wie es die Grünen tun. Das tut die extreme Linke so, wie es die extreme Rechte tut und so weiter und so fort. Das kann man natürlich ablehnen. Das kann man verwerflich finden. Aber das ist ein relativ normales, wie ich finde, Geschäft. Und, oh Gott, ein Leck. Bitte jetzt nicht öfter, Freunde. Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Renumerix hat ein Leck. Da kamen noch andere, andere auch. Das ist doch scheiße. Okay, läuft aber wieder. Okay, also, ich sagte, es gehört mittlerweile zum politischen Geschäft in Deutschland, dass man Straftaten versucht, für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Das tun alle und das tun alle schon seit einigen Jahren. Und man kann das finden, wie man will. Ich finde, es ist verlogen, dann immer wieder aufzuschreien und auf Instrumentalisierung hinzuweisen. Das ist, wie ich finde, einfach eben momentan der normale Style, der sich da eingespielt hat. So. Was ist nun von dieser Tat generell zu halten? Nochmal, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen gar nicht, ob es sich um einen Angriff tatsächlich gehandelt hat, ob dieser politisch motiviert war und ob dieser im Zusammenhang mit anderen politischen Aktivitäten gegen die AfD steht oder eben nicht. Aber gehen wir mal von der These der AfD aus. A, es handelt sich um einen politischen Anschlag. Und B, der wurde gezielt gegen Frank Magnitz geführt, weil er in der AfD ist. Und C, das kommt aus dem politisch linken Bereich. Gehen wir mal von diesen drei Sachen aus. Dann bleibt ja die Frage, was ist von Gewalt gegen einen AfDler, also gegen das Mitglied einer rechtsradikalen Partei oder einem Funktionär, einem prominenten Funktionär einer rechtsradikalen bis rechtsextremen Partei zu halten. Und das Erste, was mich stört, ist heute, was immer wieder aufploppt, Gewalt ist nie eine Lösung. Freunde, das ist doch einfach Bullshit. Das können wir erstmal ganz eingangs festhalten. Das ist eine völlig absolute Aussage, die natürlich genauso falsch ist. Gewalt ist natürlich manchmal eine Lösung. Gewalt ist beispielsweise dann eine Lösung, wenn Notwehr durchgeführt wird. Aber auch in einem größeren Kontext, wenn wir jetzt auf Staaten denken, ist Gewalt natürlich gerechtfertigt, um beispielsweise ein diktatorisches Regime aufzulösen, das in jedem Fall, und eine unterdrückte Bevölkerung von einer Diktatur zu befreien. Niemand da draußen wird, also F5 wird übrigens empfohlen, wenn es hängt, das wird ja niemand ernsthaft da draußen bestreiten wollen. Und wir müssen sehen, nicht und, erstmal das so. Das heißt also, wer sagt, Gewalt ist immer falsch, der hat natürlich in dieser Form immer Unrecht, weil er damit den Fortbestand einer jeden existierenden Diktatur und jeder Unterdrückung einer freiheitlichen Gesellschaft letztlich unterstützt. Und das finde ich eben falsch. So, jetzt sagt hier jemand im Chat zu Recht, Gewalt sollte allerdings nur angewendet werden, wenn es keine andere Lösung gibt. So, das finde ich einen sehr guten Punkt. Das heißt, es gibt ja das Nicht-Aggressionsprinzip in der libertären und anarcho-kapitalistischen Theorie. Das baut oft darauf auf, dass jegliche Aggression die Freiheit anderer verletzt. Dieses Prinzip besagt, dass der Einsatz von Gewalt oder die Drohung damit ausschließlich als Notwehr und in den Augen einiger Theoretiker als Bestrafung zulässig ist. So, was hier gerade im Chat gesagt wird, ich mag Gewalt nur im Bett. Auch das ist natürlich okay, konsensuelle Gewalt unter Erwachsenen ist natürlich völlig einwandfrei. So, also ein Nicht-Aggressionsprinzip heißt, ich soll erst einmal niemandem Gewalt zutun. Nur so kann eine libertäre Gesellschaft vernünftig funktionieren und letztlich ja jede freiheitliche Gesellschaft. Natürlich hat die nicht-libertäre Gesellschaft, so wie wir sie ja in Deutschland leben, dann auf entsprechende Gewaltsachen eine Strafverfolgung gesetzt. Es sei denn eben, es handelt sich um Notwehrhandlungen. Was mich nicht loslässt, ist, Dennis, erstmal kommen wir endlich zum Punkt, vielleicht gibt es gar keinen Punkt. Wenn es dich stört, raus mit dir, geh nach Hause, guck dir was anderes an. Irgendwer wird sicherlich gern von dir angeguckt werden wollen. Jetzt ist es so, dass die AfD als Partei, beziehungsweise zumindest Teile der Partei und ihrer Mitglieder immer wieder dazu Fantasien entwickelt haben und geäußert haben, dass ein Bürgerkrieg wünschenswert wäre, beziehungsweise ein Bürgerkrieg kommen wird, ein Bürgerkrieg herbeigeführt werden sollte. Ein Stück weit dabei so ein bisschen in der Tradition des Identitären Geblubbers, teilweise auch so ein bisschen Reichsbürgerideologie dabei, teilweise einfach auch nur ganz rechtsextrem verstrahlt. In diesem Kontext wurden dann ja auch Gewaltfantasien gegen Andersdenkende bekannt, die AfD-Leute ausgesprochen haben. Die Frage ist halt, ist die AfD dazu wirklich willens? Die AfD-Leute sagen, nee, tun sie nicht oder sind sie nicht. Warte mal ganz kurz. Sondern das sei alles überspitzt, beispielsweise in internen Chats gewesen. Außerhalb der AfD wird mitunter sehr wohl gesagt, dass ein Gewaltpotenzial dort vorhanden ist und auch als realistisch angesehen werden kann. Die Kernfrage, die für viele heute tangiert ist, ist die Frage, ist Gewalt gegen Nazis okay und kann es sich hierbei um einen Nazi gehandelt haben? Und das Spannende ist, dass ich zu denen gehört habe, die immer gesagt haben, in letzter Stelle ist natürlich Gewalt gegen Nazis und gegen jeden Feind der Demokratie richtig und wünschenswert, bevor die Demokratie fällt. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wann dieser Punkt erreicht ist. Also es gibt da ja das Trutharm-Paradoxon. Der wird jeden Tag gefüttert und kurz, oder wenn man an dem Tag, kurz vor dem Tag, also jeden Tag gefüttert sucht. Und man fragt ihn, wie sicher bist du dir, dass du den nächsten Tag erlebst? Und die maximale Anzahl von Tagen, die er erlebt hat, ist erfüllt am Abend vor seiner Schlachtung. Das heißt, die Sicherheit des Truthahns, nicht geschlachtet zu werden, ist dann am größten, kurz bevor er geschlachtet wird. Was bedeutet das für unsere Situation? Natürlich erstmal nichts. Wir sind keine Truthähne, das ist eine Analogie. Und wer blind Analogien glaubt, der hat völlig verkackt. Aber es wirft einen Blick darauf, dass man nicht unbedingt wissen kann, wann du am Vorabend einer nationalistischen Revolution, Revolte stehst. Hier wird auf das Widerstandsrecht der Deutschen im Grundgesetz hingewiesen. Ja, das ist richtig. Wobei die Frage halt ist, wann darf das eingesetzt werden? Und geht es da nicht um ein Widerstandsrecht gegen Regierungen und nicht gegen Einzelpersonen, die weit davon weg sind, Regierungen zu ergreifen? Andererseits wird hier dieses, was ich auch immer sehr geschätzt und gerne geteilt habe, das Woody Allen Zitat aus Manhattan eingeschmissen, wo einer sagt, ich habe einen wunderbaren Essay gegen Rechtsradikale oder gegen Nazis veröffentlicht. Und Woody Allen daraufhin sagt, ich bevorzuge Baseballschläger, um gegen Nazis vorzugehen. Das heißt, die Frage, wann ist Gewalt tatsächlich gerechtfertigt in einer Demokratie gegen jemanden, der versucht, die Demokratie zu zerstören, kann ich so trennschaftlich beantworten. Denn ich denke, wir sind uns relativ schnell darüber einig, dass das Widerstandsrecht nicht so gemeint sein kann, dass ich erst dann Widerstand ausüben kann, wenn tatsächlich die Regierung schon gekippt ist. Also, dass ich erst dann Aggression ausüben kann, Gewalt ausüben darf, wenn wir uns nicht mehr in einer Demokratie befinden. Es gab eine Zeit, da habe ich relativ laut, weil ich versucht mitzuschreien in dem Chor derjenigen, die sagten, wir haben 1930, wir haben 32, 31, 33, da bin ich nicht mehr. Und ich finde heute spannend, dass wir heute den Tag erleben, an dem sich das Ganze einmal, zumindest für einen Tag, umkehrt, beziehungsweise man es zum ersten Mal ganz augenscheinlich sieht, dass beide Seiten, sowohl die AfD-Anhänger wie auch die Linken, sich im Jahr 1933 wähnen. Ich finde es schon mal sehr deutsch, dass man nicht in der Lage ist, zu gucken, wie es heute ist, sondern dass man sich irgendwie referieren muss auf vergangene Sachen, obwohl sich Geschichte nicht wiederholt, aber die Grundmelodie, blablabla, blub. Was es aber zeigt, ist, dass beide Seiten sich in einer Bedrohungssituation befinden, in der sie glauben, dass es kurz davor ist, dass man selbst jeweils gewaltsam unterdrückt wird. Und tatsächlich glaube ich, die Ernsthaftigkeit dieser Aussage sowohl den Linken wie den Rechten. Was resultiert daraus für den unmittelbaren Tatbestand? Auf der unmittelbaren strafrechtlichen Ebene gar nichts. Die Täter, meines Erachtens, jetzt kommt natürlich meine persönliche Konklusion, Die mutmaßlichen Täter, die den mutmaßlichen Anschlag, der mutmaßlich politisch war, begangen hat, müssen ermittelt werden und es muss geprüft werden, ob ihnen eine Schuld nachgewiesen werden kann. Und wenn ja, dann müssen sie verurteilt werden. Natürlich steht auch ihnen, stehen alle Wege des Rechtsstaates offen und natürlich kann auch hier es dazu kommen, dass ein Freispruch erfolgt oder dass der Täter nicht ermittelt werden kann. Das ist bei dieser Tat so wie bei jeder anderen mutmaßlichen Straftat auch. Hat man nun ein Recht, Gewalt auszuüben gegen einen AfD-Abgeordneten? Generell natürlich erst einmal nicht. Ist das gut? Ja, das ist gut. Denn nur dadurch können wir in einen politischen Diskurs miteinander treten, ohne dass wir Gewalt als legitimes Mittel ansehen. Wie ist es denn nun damit, dass die AfD selbst zumindest in Teilen Gewalt als legitimes Mittel darstellt? Das macht nichts besser. Nur weil die anderen etwas falsch machen, darf ich es nicht selber falsch machen. Darf ich Schadenfreude empfinden? Natürlich. Wir sind Menschen. Jeder Mensch darf Schadenfreude empfinden. Allerdings, wenn ich das richtig überblicke, ist der Magnets jetzt niemand, der aktiv selbst diese Gewalt oder Ähnliches vertreten oder gefordert hat. Sollte sich durch die empfundene Schadenfreude irgendwas an Strafverfolgung ändern? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist eine möglicherweise persönliche Beurteilung, die aber natürlich nichts an der juristischen Komponente ändert. Ist Gewalt immer falsch? Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt genug Fälle, in denen Gewalt angezeigt ist, sowohl auf individueller Ebene zur Abwehr von sonst größerer Gefahr fürs eigene Leib und Leben, aber eben auch strukturell, wenn es darum geht, die Freiheitlichkeit einer Gesellschaft zu verurteilen. Ist dies hier geschehen? Aus meiner Sicht? Nein. Wir sind hier aus meiner Sicht an keinem Punkt, wo man sagen könnte, dieser mutmaßliche Anschlag, der mutmaßlich politisch war, hat dabei geholfen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu stabilisieren. Das heißt, unterm Strich halte ich die Gewalt gegen Frank Magnitz für falsch. Genau, ich glaube, das ist der Punkt, zu dem ich mich hier gerade durchgeackert habe. Und was ich gar nicht gemacht habe, ist die AfD-Sicht und die AfD-Nutzung des Ganzen hier groß in den Vordergrund zu stellen. Was die AfD macht, und das möchte ich einmal hier ganz klar sagen, weil ganz viele da draußen es völlig anders machen, was die AfD macht, was sie sagt und wie sie Sachen nutzt, wie sie sie framet oder darstellt, ist mir scheißegal. Ich orientiere mich doch nicht im Bereich des Impfens primär daran, was die Impftrolle sagen. Ich orientiere mich doch im Bereich der Gesundheit nicht primär daran, was Heilpraktiker sagen. Und deswegen werde ich mich doch im Bereich der Politik nicht primär daran orientieren, was die AfD sagt. Das werde ich zumindest nicht tun. Das könnt ihr gerne anders sehen. Mich würde tatsächlich eure Sicht noch mehr als sonst interessieren. Kommentiert bitte unter dem Video gerne, wie ihr das seht. Und vor allem auch würde mich die Frage interessieren, ab welcher Grenze seht ihr das so, dass Gewalt auch in Deutschland zur Abwehr von Sachen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zulässig ist? Vielleicht mache ich mal was zu diesem Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz mit einem Juristen zusammen, der mir das dann erklären kann. Wahrscheinlich werde ich dann ganz viel von dem, was ich heute gesagt habe, relativieren müssen. Wir haben heute deutlich länger gebraucht, fast eine halbe Stunde, aber das Thema war mir wirklich wichtig, weil es mich den ganzen Tag interessiert und beschäftigt hat. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt auch gerne, jetzt kommt der Werbeteil, gerne diesen Kanal weiter. Klickt da unten irgendwo auf Abonnieren und dann macht auch diese Glocke, das hat der Michael Kolb mir gesagt, seitdem sage ich das, diese Glocke da unten bei dem Abonnieren, die müsst ihr dann auch nochmal betätigen, damit ihr informiert werdet, wenn ich hier was mache. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Abend. Ich muss heute noch ein bisschen arbeiten. Macht's gut und tschüss. Also wünsche euch allen nichts.